Hallo liebe Studierende! In diesem Tutorial geht es darum, wie man bei der juristischen Recherche verschiedene Quellen findet und anwendet. Wir schauen uns heute an, welche juristischen Recherchequellen es gibt, wann wir welche Quellenart brauchen und wo wir sie finden. Es gibt drei grundsätzlich verschiedene Arten von juristischen Quellen. Gesetze, Rechtsprechung und Fachliteratur. Die wichtigste Quelle sind Gesetze, denn sie sind der Ausgangspunkt jedes juristischen Arbeitens. Jede juristische Falllösung sollte mit dem Blick ins Gesetz beginnen. Wenn wir eine juristische Fragestellung bearbeiten, müssen wir uns immer zuerst fragen, zu welchem Rechtsgebiet gehört diese Fragestellung? Sobald wir wissen, in welchem Rechtsgebiet wir uns befinden, können wir das Gesetz oder die Gesetze heraussuchen, die für uns relevant sind. Bei einer Fragestellung aus dem allgemeinen Privatrecht würden wir zum Beispiel ins bürgerliche Gesetzbuch schauen. Wir wollen also die Rechtsnormen finden, die für unsere Fragestellung einschlägig sind und das in dem Gesetz, das für das jeweilige Rechtsgebiet existiert. Dafür müssen wir uns anschauen, wie das Gesetz strukturiert ist. Das bürgerliche Gesetzbuch zum Beispiel besteht aus fünf Büchern, einem sozusagen vor die Klammer gezogenen Allgemeinteil und den Teilen Schuldrecht, Familienrecht, Sachenrecht und Erbrecht. Im Allgemeinteil befinden sich Regelungen, die für das gesamte BGB gelten, also für alle weiteren für Bücher, soweit da keine spezielleren Regelungen enthalten sind. Die verschiedenen Gesetze gibt es als Taschenbuchausgaben von juristischen Verlagen. Manchmal umfassen die auch mehrere Gesetze eines Rechtsgebiets. Außerdem finden wir Gesetze in Loseblattsammlungen, zum Beispiel dem Schönfelder für das Privatrecht oder den Sartorius für das öffentliche Recht oder auch im Internet. Unter gesetzeiminternet.de stellt das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz in Kooperation mit der Juris GmbH nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos bereit. Die zweite Art juristischer Recherchequellen ist die Rechtsprechung. Im Zivilrecht sind dies Urteile und Beschlüsse der Amts-, Land- und Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofs. Die Gerichte klären im Rahmen der Entscheidung konkreter Rechtsstreitigkeiten oftmals Zweifelsfragen bei der Gesetzesauslegung und Anwendung. Aus der Begründung der jeweiligen Urteile oder Beschlüsse kann man die aufgeworfenen Rechtsfragen, den aktuellen Meinungsstand in Rechtsliteratur und Rechtsprechung und die eigene Argumentation des Gerichts in dem konkreten Rechtsfall nachlesen. Wenn man also bei der Gesetzesauslegung und Anwendung auf Zweifelsfragen stößt, kann man aus der Begründung von Urteilen oder Beschlüssen Hinweise darauf finden, wie man diese Fragen beantworten kann. Aber Achtung! Anders als im angloamerikanischen Recht entfalten Urteile im deutschen Rechtssystem im Grundsatz keine Bindungswirkung für andere Rechtsfälle. Sie sind also normalerweise nicht bindend für Urteile in anderen Rechtsfällen. Übrigens, wie Sie ein BGH-Urteil richtig lesen, erklären wir Ihnen in unserem Tutorial, wie lese ich ein BGH-Urteil, Schritt für Schritt. Wo können wir Rechtsprechung finden? Wichtige BGH-Urteile sind in den amtlichen Sammlungen BGHZ und BGHST in gebundener Form verfügbar. Die amtlichen Sammlungen sind in Fachbibliotheken vorhanden und einsehbar. Auch in juristischen Fachzeitschriften wird Rechtsprechung veröffentlicht, teils mit Urteilsanmerkungen oder Besprechungen zur fachlichen Einordnung. Juristische Fachzeitschriften sind ebenfalls in Fachbibliotheken einsehbar. Außerdem finden Sie Rechtsprechungen über Rechtsprechungsportale im Internet. Eine Übersicht bietet Justiz.de, ein gemeinsames Justizportal des Bundes und der Länder. Schließlich können Sie Rechtsprechungen auch über kommerzielle juristische Datenbanken wie BackOnline oder Jurus suchen. Die dritte Kategorie juristischer Recherchequellen ist die juristische Fachliteratur. Darin finden sich Erkenntnisse der Jurisprudenz, also der Rechtswissenschaft. Die Rechtswissenschaft ist eine angewandte Geisteswissenschaft und eine hermeneutische Disziplin. Das heißt, sie beschäftigt sich mit der Interpretation von Texten, in diesem Fall juristischen. Rechtswissenschaftler sind zum Beispiel Professoren der Rechtswissenschaft, aber auch Praktiker wie Rechtsanwälte, die wissenschaftlich publizieren. Sie beteiligen sich mit juristischen Publikationen an der rechtswissenschaftlichen Diskussion. Aus dieser Diskussion entwickeln sich Lehrmeinungen zu einzelnen Fragestellungen. Die juristische Fachliteratur kann man in verschiedene Kategorien unterteilen. Die wichtigsten Arten für die tägliche juristische Arbeit sind Kommentare, Lehrbücher, Aufsätze in juristischen Fachzeitschriften und Handbücher. Kommentare sind Erläuterung von Gesetzestexten. Sie geben Aufschluss über die jeweils existierende Rechtsprechung und den aktuellen Meinungsstand der Rechtswissenschaft zu Zweifelsfragen. Kommentare sind besonders hilfreich bei der Recherche zu speziellen Rechtsfragen. In Lehrbüchern finden sie Darstellungen zu juristischen Themenkomplexen, die systematisch und didaktisch aufbereitet sind. Die sind für Ausbildungszwecke gedacht, um sich Themenkomplexe grundlegend zu erarbeiten. Aufsätze in juristischen Fachzeitschriften haben ganz unterschiedliche Inhalte, zum Beispiel Urteilsbesprechungen, Abhandlungen zu speziellen Rechtsfragen, Einordnungen, Erläuterungen und Bewertungen neuer Gesetzesvorhaben. Und schließlich gibt es noch Handbücher, die sich ganz gezielt an Praktika richten. Sie widmen sich in großer Tiefe einem einzigen Themenkomplex. Finden können wir juristische Fachliteratur, wie auch schon die Gesetze und die Rechtsprechung, in juristischen Fachbibliotheken. Übrigens, diese schon mehrfach erwähnten Fachbibliotheken finden sie zum Beispiel an Land- oder Oberlandesgerichten, Universitäten mit juristischer Fakultät und auch in ganz normalen Stadtbibliotheken mit einer juristischen Fachabteilung. Natürlich finden sie juristische Fachliteratur auch im Internet. Bitte beachten sie aber, dass Seiten wie Wikipedia keine wissenschaftlichen Recherchequellen sind. Deshalb sind sie nicht zitierfähig. Gleiches gilt für die zahlreichen Juraforen und Internetseiten von Rechtsanwaltskanzleien, auf denen juristische Inhalte in komprimierter Form dargestellt werden, meist zu Werbezwecken. Zitierfähige Quellen sind dagegen kommerzielle juristische Datenbanken, wie zum Beispiel BackOnline oder Juris. Für Studierende der FOM besonders nützlich? BackOnline ist für Sie im WLAN der FOM über den Online-Campus kostenlos zugänglich. Dort finden Sie auch ein Tutorial zur Nutzung von BackOnline. Untertitelung des ZDF für funk, 2017